Hallo Leute, herzukommen. Auf den Kanastern gehen und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox. Diesmal müssen wir hier diesen Knast, beziehungsweise Gefängnis, entkommen. Also machen wir das auch mal. So, wir gehen hier anscheinend home. Diesen komischen Typen hier rein. Okay. Eins von zehn Minzen gefunden. Gefangener. Water. Ach, das Wasser, das vor uns liegt, ist super gefährlich und kann uns sehr wehtun. Wir müssen besonders vorsichtig sein und sicherstellen, dass wir sie überhaupt nicht berühren. Oh. Ja gut. Okay, okay, okay. Hallo. Ah, jetzt. Dann gehen wir hier mal hoch. Das Spiel will ich mich doch verarschen. Genau am Ende. Äh, nö. Kein Bock. Kommt man hier überhaupt hoch? Ah, jetzt, okay. Stage 3. Okay, okay. Müssen wir jetzt hier so über, über so ein Lineal rüber. Also, ich laufe immer noch anscheinend weiter. Ja, kann aber aufhören hier. Um zu entkommen, müssen wir uns aus der Spüle schwimmen. Keine Sorge, es ist Zeit, unseren inneren Fisch zu kanalisieren und ins Wasser zu tauschen. Ah, jetzt muss ich hier rein. Mhm, 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 mhm. Stage 3. Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Okay. So, keine Ahnung, wo wir sind. Okay, okay, okay. So, jetzt konnte ich das hier nicht mehr lesen, aber ist noch nicht schlimm. Wir müssen hier anscheinend runter. Oh, Cola. Ey. Denken Sie daran, Übung macht perfekt. Aha. Ey, Mann. So dumm. Tipp, stoppen. Ja, wo soll ich denn stoppen? Jetzt aber. Komm schon. So, jetzt. Geben wir uns sogar einfach Tipps. Okay. Boah. Was ist das? Auf dem Stage 9. Okay. Stage 10. Wir können hier runterlaufen. Ah, müssen wir jetzt die Höhle finden. Dauert. Das Ausstiegsloch ist entscheidend für unsere erfolgreiche Flucht. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und klug zu wählen. Hier ist ein hilfreicher Tipp. Das richtige Loch, durch das wir gehen müssen, befindet sich auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Also hier. Auf der linken Seite. Warte mal. Auf der linken Seite. Warte mal. Auf der linken Seite. Aha, 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 aha. Nee, das ist er nicht. Er sagt ja auf der linken Seite. Da bin ich doch gerade reingegangen, nicht dumm. Alzheimer kickt. Denkt ihr, das ist rechts? Nein, ich will es nicht. Ich gucke jetzt hier. Nee, das ist nicht hier. Also es ist wirklich links, denke ich mal. Ja. Warte mal. Tipp, es ist links. Aha. Gefunden. So, dann gehen wir hier mal weiter über diese komischen, was weiß ich, was das sein soll. In den Lüftungsschacht müssen wir jetzt hier rein. Und hier runter. So. Sind wir jetzt. Aha, aha, aha. Okay, okay. Wir kommen auf jeden Fall der Sache näher. Achtung, halte dich vor dem roten Teil entfernen. Sie können gefährlich sein oder potenzielle Gefahren zeigen. Aha, aha, also drüber springen. Mhm, 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 mhm. Okay. Weißen. Das war blöd. Warte, wir laufen so drüber. Boah, was wird. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir es geschafft. Brennen wir hier mal einmal raus. Ich will ausbrechen. So. Brechen wir aus, brechen wir aus. Oh, ich hab's gefunden. Oh, ich hab's gefunden. Hä? Wurde ich jetzt dort getötet? Der Pfeil zeigt nach hier hin. Mann! Wir sehen uns gleich, wenn ich wieder da drüber bin. So, Leute, ich hab's geschafft, da drüber zu springen. Hat jetzt ein paar Sekunden... Ne, tatsächlich ein paar Minuten gedauert. So. Verbrechen. Danke. Perfekt. Indirekt gestorben, ey. Ich hasse es. Sobald man hier irgendwas berührt, was man nicht berühren darf... Dann müssen wir hier mal so Shampoo springen. Okay. Oh. Jetzt müssen wir hier mal so ein Messer laufen. Messer. Hier ist auch noch ein Messer. Ne, keine Laser. Acht von zehn Münzen. Okay. Boah, hab ich mich grad erschreckt. Boah. Watch out. Ja, Laser, ich weiß. Wow, pass auf. Es gibt Laser, die unseren Weg lockieren. Wir müssen über sie springen, um weiter vorzuholen. Verfahren. Ich hab das letztendlich gesehen. Ja, also... So spawnt man immer. Hallo. Bitte. Okay. Ich hab's nicht berührt. Ey. Leute, ich hasse diese Spiele. Man berührt nichts und man fliegt trotzdem raus. Jetzt aber. Zack. Zack. So. Zack. 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 Okay, 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 okay. Müssen wir jetzt hier über so einen Stift glauben, oder was? Danger? Äh, die schwarzen Dinger darf man hier nicht berühren. Okay. Ja, das will ich gar nicht lesen jetzt. Fee, 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 fische. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber das ist nicht freundlich. Okay, so, eins, zwei, fee, 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 fee. Fünf. Okay. Dann let's go. Blöden Fische hier. Stage 23. Jetzt müssen wir hier hoch. Ja, ich will nicht lese. Dieser Mund. Ja. Wie lange noch? Ich schlafe ja gleich ein. Müssen wir hier so über die Mauer laufen, glaube ich. Hier hoch. Ernsthaft jetzt? Dieses Spiel, das macht mich echt aggressiv. Schaff. So. Blödes, graues etwas. So. Nein. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten Teil von diesem Spiel hier raus drehen, meine ich. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut euch auch gerne das letzte Video an. Jetzt habt ihr einen Traum auf den Tag. Und dann habt ihr euch erst dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.